Servus, hier ist der Moritz. Ich melde mich jetzt das letzte Mal. Ich bin hier gerade in Norman Zingreda. Das ist ein super cooles Hostel, also superschöne Location. Die Zimmer sind voll in Ordnung, also superschön. Es gibt eine freie Pizzanacht, also es gibt ein gratis Frühstück. Es gibt einen Rooftop, also kann ich mir weiterempfehlen. Aber das Video wäre nichts ohne meine zwei Daumen nach oben, deswegen zwei Daumen nach oben. Spannende Musik